WUH! 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 OK, wUH. Alright, wUH! Here we go! One of the coolest things about the Crowdfunding is that it really gave us the opportunity to launch something that we wouldn't have had before. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo eine Idee schon zählen kann. We were asking for more money than just about anybody had asked for before. Die sozialen Medien sind der Treibstoff, mit dem ein Crowdfunding-Projekt überhaupt erst zu Geld kommt. Oh, wir haben eine Firma. Okay, was werden wir jetzt tun? Ich habe 20 Jahre auf diesen Moment erwartet. Und endlich bin ich hier. Es geht darum, dass es eigentlich passieren wird. Du kannst mit 6 Milliarden Menschen kommunizieren. Und heute kannst du sie einbinden in die Gestaltung deiner Idee. Aber heute gibt es keine Ausrede mehr. Heute kannst du es machen. Es ist schön, dass man diese Unterstützung hat. Jeder kann eine gute Idee haben, also warum nicht ihn hören? Was beibringt und der sexy ist, nett, intelligent. Was soll das denn? Spinnst du jetzt? Immer von uns. Hallo!